Imani ist der Hauptstar in der Show von Nada und Luisa. Doch zu welchem Preis? Droht Nidal das gleiche Schicksal? Um ihren Vater beim Fußballspiel zu unterstützen, besuchen Luisa und Imani fast jedes Spiel. Immerhin feuert ihn keiner so sehr an wie die beiden. Doch sobald sie das Stadion besuchen, dreht sich alles um Imani und Luisa. Denn die Fans erkennen die beiden und wollen Fotos, Videos oder ein Autogramm. Auch heimliche Aufnahmen werden von der kleinen Tochter gemacht. Die Mutter wirkt hilflos und kann nicht alle Fans daran hindern, heimlich ihre Tochter zu filmen. Teilweise bekommt sie das nicht mit. Ihre Begleitung muss dann eine Ansage machen, damit da Ruhe herrscht. Nada und Luisa zeigen in fast jedem Video ihre Kinder, und das seit der Geburt. Aus dem Grund werden sie teilweise von der Community attackiert, denn ihnen ist nicht bewusst, welche Gefahren auf sie zu kommen. Nada und Luisa weisen jeden Vorwurf von sich. Auch Nidal wurde direkt ein paar Stunden nach der Geburt gezeigt. Wir können designen lassen, danke euch! Wir können designen lassen, danke euch! und 3-2-2-3-3-4-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-6-0.